Babyglück für Kim Ye. Reality-Star Kim Kardashian und Kanye West erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der Rapper gab die Schwangerschaft seiner Lebensgefährtin bei einem Konzert in Atlantic City bekannt. Verpackt in einem Lied, wie dieses Amateur-Video zeigt. Der 35-Jährige forderte die Konzertbesucher auf, seiner Baby-Mama zu gratulieren. Was die auch mit reichlich Applaus machten. West und Kardashian sind seit März offiziell ein Paar. Die 32-Jährige ist eigentlich immer noch mit dem Basketballspieler Chris Humphreys verheiratet. Seit Oktober 2011 läuft aber bereits das Scheidungsverfahren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Trotz unserer Olympiansk Order